Die immensen Staatsschulden der USA sind ein Riesenproblem. Und genau dort gibt es jetzt jüngst eine Entwicklung, die die Situation deutlich zuspitzt. Alle Infos kommen jetzt, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Und heute möchte ich mit euch über die akute Problematik der amerikanischen Staatsverschuldung sprechen. Ich weiß, Untergang der USA, das ist ja ein großes Thema auf YouTube, das bringt immer viele Klicks. Ihr wisst, ich bin nicht in dem Lager derjenigen, die jetzt sagen, die USA gehen in Kürze unter. Ich glaube, das kann sowieso niemand prognostizieren oder ein relativ genaues Timing da an den Tag legen. Aber man muss schon konstatieren, dass die Entwicklung, die rasende Entwicklung, die wir in den letzten Monaten und Jahren bei der amerikanischen Staatsverschuldung sehen, dass die besorgniserregend ist. Und da bin ich im Lager zumindest derjenigen, die nicht davon ausgehen und sagen, das wird sich schon alles in Wohlgefallen auflösen, sondern das wird schon früher oder später zu Problemen führen. Das heißt, Problemen in Richtung, werde ich da noch darauf eingehen, schwächerem Wirtschaftswachstum, deutlich höheren Steuern in den USA, Verschlechterung des Standorts, Meidung amerikanischer Staatspapiere, weswegen die USA nicht mehr so investieren können wie früher. Also diese Faktoren muss man schon auf dem Schirm haben, wenn man als Investor sein Geld richtig anlegen will. Um alle mal gleich abzuholen, worum geht es? Erste Einblendung, und das ist die erste von vielen heute, stammt von der FED von St. Louis und zeigt euch mal seit den 60ern die Entwicklung der amerikanischen Staatsverschuldung. Und das, was so links unten in der Nähe der Nulllinie ganz unscheinbar beginnt, sind viele, viele Milliarden. Mittlerweile muss ich ja den Terminus wechseln. Wir sind nicht mehr im Bereich der Milliarden, wir sind im Bereich der Billionen. Und wenn ihr mal hier dieser blauen Linie nachfolgt oder mit euren Augen nachfolgt, dann seht ihr ganz oben rechts, haben wir einen Rekordstand von mittlerweile 34 Billionen Dollar oder sogar gut 34 Billionen Dollar erreicht. Die Staatsschulden der USA sind also auf ein Niveau angestiegen von 34.000 Milliarden Dollar. Nur mal zum Vergleich. Das deutsche BIP ist aber um die 4 Milliarden Dollar. Das heißt, nicht 4 Milliarden Dollar, 4 Billionen Dollar. Das heißt, etwa das Achtfache der deutschen Wirtschaftsleistung oder gut das Achtfache der deutschen Wirtschaftsleistung liegt in Form von Staatsverschuldung allein in den USA vor. Was aber wirklich spannend ist und was sich wirklich oder bei mir die Besorgnis noch mehr erregt, ist die Geschwindigkeit, mit der die Staatsverschuldung voranschreitet. Noch eine Einblendung. Die habe ich mal gemopst vom Twitter-Account oder Ex-Account von Volker Chilpitz. Und er hatte da vor ein paar Wochen mal eine super interessante Grafik, wo ich mir dachte, die muss ich mir abspeichern, die brauche ich irgendwann mal für euch und dann muss ich sie rausholen. Genau jetzt ist der Moment dafür. Und was ihr seht ist, dass für die ersten 10 Billionen Dollar an Staatsverschuldung die USA 232 Jahre gebraucht haben. Für die nächsten 10 Billionen Dollar haben sie nur noch 9 Jahre gebraucht. Für die dann folgenden 10 Billionen haben sie nur noch 5 Jahre gebraucht. Und für die letzte Billion hat man nur noch 100 Tage gebraucht. Also wenn diese Geschwindigkeit weitergeht, dann brauchen wir irgendwann pro Jahr 3 bis 5 Billionen an Staatsverschuldung nur, um den Laden am Laufen zu halten. Und das ist schon ein Niveau, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, in Anbetracht dieser Rekordsummen, wer soll das irgendwann bezahlen oder woher sollen die ganzen Käufer kommen, die diese Staatsschulden tragen. Vor allem, weil die Amerikaner bzw. die amerikanische Regierung ja nicht gerade irgendwie sparsam umgeht oder Sparsamkeitsprogramme fährt, um zu sagen, okay, wir müssen in Anbetracht der hohen Schulden etwas auf die Bremse gehen. Denn das Haushaltsdefizit, was wir aktuell sehen, gemessen an der Wirtschaftsleistung, wird immer größer. Dazu noch eine Einblendung, stammt auch wieder von der FED von St. Louis. Und zeugt euch mal das relative Defizit im Haushalt im Verhältnis zum amerikanischen BIP zur Wirtschaftsleistung. Und da sind wir im Jahr 2023, das ist also so ganz rechts der Wert, bei um die 5 Prozent herausgekommen. In diesem Jahr, die aktuellen Prognosen liegen bei um die 8 Prozent. Und ihr seht schon, wenn ihr euch mal so von der Jahrtausendwende eine gedankliche Trendlinie reindenkt, die Tendenz, dass die Staatsverschuldung steigt, beziehungsweise dass auch das, was am Haushalt nicht mehr gedeckt werden kann durch das Steueraufkommen, sondern was gedeckt wird durch neue Schulden, das steigt immer mehr an. Und ihr seht schon, der Trend geht also wirklich deutlich in Richtung eines noch größeren, noch steigenderen Staatsdefizits im Haushalt. Jetzt allerdings noch, wenn es euch bisher ja gefallen hat, dann, ich blende es euch mal ein, lasst gerne ein Abo vom Kanal da, weil nächste Woche, ergänzend zu diesem Video, werde ich über Larry Fink sprechen. Larry Fink dürfte im meisten Begriff sein. Er ist der Chef von BlackRock, also dem größten Vermögensverwalter der Welt. Und er geht mit seinen zwei größten Sorgen, die er jüngst in seinem weltbekannten Aktionärsbrief geäußert hat, in eine ähnliche Richtung wie dieses Video und hat allerdings noch eine zweite Sorge, die ganz woanders verortet ist. Also wenn ihr da informiert werden wollt, wenn dieses Video online geht, dann jetzt unbedingt ein Abo da lassen. Das ist eure große Chance, das sage ich mal. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Was auch problematisch ist, ist, dass die Schulden aktuell ja natürlich auch entsprechend verzinst werden. Und ich erzähle euch natürlich nichts Neues, vor allem die treuen Zuhörer, zu sehr hier in meinem Kanal, die wissen, die amerikanische Notenbank hat die Zinsen deutlich erhöht in den letzten zwei Jahren, steht jetzt zwar vor Zinssenkungen, aber wir sind auf einem Zinsniveau von um die 5 Prozent. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich 34 Billionen Dollar an Schulden mitschleppe bei einem Zinsniveau von 0 oder 1 Prozent oder bei 5. Und da ist natürlich die Folge, dass immer mehr des Steueraufkommens der amerikanischen Steuerzahler drauf geht für den Zinsdienst. Noch eine Einblendung. Stammt von Wolf Street. Und die setzt man ins Verhältnis, wie viel Prozent des amerikanischen Steueraufkommens überhaupt für Zinszahlungen des immensen Schuldenberges draufgehen. Und ihr seht, wir sind aktuell bei einem Wert, ganz rechts, von über 35 Prozent. Also wenn ihr da mal einen Vergleichswert sucht, dann müsst ihr schon Mitte der 90er Jahre zurückgehen, um überhaupt ähnliche Werte zu sehen. Und auch hier, wenn man sich mal diese Linie weiter fortdenkt, ihr seht, die ist explodiert durch die Zinserhöhungen der FED. Da ist auch die Tendenz steigend. Die FED wird zwar die Zinsen jetzt etwas senken, aber nur etwas gleichzeitig steigen. Allerdings die Schuldenberge immer weiter an. Ergo muss immer mehr Zinsdienst dort geleistet werden. Ergo geht immer mehr Steueraufkommen drauf für die Zinsen. Und deswegen wird das Haushaltsdefizit, was ich euch in der vorhergehenden Grafe gezeigt habe, immer weiter steigen. Weil wenn ich die Steuereinnahmen immer für meine Zinsen draufgehen lassen muss oder darauf ja dort investieren muss, dann muss ich natürlich den Rest, den ich nicht durch Steueraufkommen decken kann, entsprechend durch Schulden decken. Und diese Schulden sind dann eben wieder die, die den Schuldenberg immer weiter vergrößern. Und das muss ich schon sagen, ist ein Problem, welches sich jetzt besonders richtig stellt. Ich meine, das, was ich euch bis jetzt erzählt habe, das sind besorgniserregende Vorgänge, vor allem die explosionsartige Steigerung der amerikanischen Verschuldung, die bisher aber mehr oder weniger gedeckt wurde, weil es immer Käufer gab, die willig waren, amerikanische Schuldpapiere aufzukaufen. Jetzt ist allerdings in den letzten Tagen eine Zäsur passiert. Ich blende euch noch eine Grafik ein, die zeigt euch mal die Halter oder die Eigner, das ist im Übrigen auch eine häufig gestellte Frage, die mir per E-Mail gestellt wurde oder auch per Kommentar, wer sind denn diejenigen, die die amerikanischen Schulden aufkaufen? Und ihr seht mal ganz oben in Rot, das sind also ausländische oder ja, das sind also nicht amerikanische Käufer, das heißt ausländische Käufer, die entsprechend in amerikanische Staatspapiere und Schuldpapiere investieren. Denn ihr seht, die haben so um die fast 8 Billionen Dollar der Schulden bisher aufgesogen und dort sieht man zumindest bisher noch ein Trend, dass dort weiter gekauft wird. Was allerdings spannend ist, wenn ihr mal in den unteren Gefilden schaut. In Blau, nennen wir es mal Blau, manche würden vielleicht sagen Türkis, Babyblau, ja vielleicht ist Babyblau die richtige Farbe, also nehmen wir mal Babyblau. In Babyblau seht ihr die Käufe aus den großen Finanzzentren heraus, also beispielsweise aus Cayman Islands heraus oder auch aus anderen, aus Luxemburg beispielsweise. Dort sind Hedgefonds beheimatet, die entsprechend oder auch Fonds angemeldet, die entsprechend amerikanische Staatspapiere kaufen. Das sind also die Käufer aus den großen Finanzzentren heraus. Was aber das Wichtige und Spannende ist, sind die unteren beiden Linien. Ihr seht mal in Lila, das ist China und Hongkong, wie dort seit Jahren ein Abwärtstrend besteht, dass immer weniger amerikanische Staatsanleihen aus China oder Hongkong herausgehalten werden. Ist auch eine Reaktion, die ich in verschiedenen Videos besprochen habe, dass China sich unabhängiger macht, dass China verstärkt diese Staatspapiere verkauft und in Gold reingeht, um sich auch geopolitisch gesehen unabhängig zu machen, falls mal Sanktionen die Chinesen treffen sollten. Ich meine, wir sind ja in einem handfesten Wirtschaftskrieg zwischen USA und China. Und was jetzt noch spannenderweise hereinkommt, ist die grüne Linie. Das sind die Japaner. Und die Japaner waren über Jahrzehnte hinweg eigentlich ein Garant des stabilen Kaufens, weil die amerikanische Staatspapiere aufgekauft haben. Mal mehr, mal weniger, aber immer in einem großen Ausmaß. Also ihr seht, wir reden hier von Werten von über einer Billion Dollar, die allein die Japaner in amerikanischen Staatspapieren halten. Die Chinesen sind jetzt aktuell so bei um die 800 Milliarden Dollar Tendenz fallen. Aber die waren auch schon mal bei 1,5, 1,6 Billionen Dollar. Das heißt, die Chinesen gehen aus geopolitischen Gründen raus. Die Japaner gehen jetzt dann tendenziell raus, weil, noch eine Einblendung, die Bank of Japan jüngst den Leitzins erhöht hat. Ich weiß, die Grafik sieht jetzt nicht aus, als ob hier jemand irgendwas erhöht hätte. Aber wenn ihr mal ganz rechts unten schaut, so bei der Nulllinie, da seht ihr einen ganz kleinen Ausschlag der Linie nach oben. Das war also diese, ich würde erst mal sagen, symbolische Erhöhung des Leitzinses der Bank of Japan. Dieser Wechsel oder dieser Wechsel, dass zum ersten Mal innerhalb von 17 Jahren die Zinsen erhöht wurden, weil die Inflation in Japan entsprechend auf Niveaus von über 2% gestiegen sind, weil die Arbeitnehmer entsprechend wieder gute Deals für sich rausverhandelt haben, was wieder eine Preis-Lohn-Spirale dann entsprechend fortsetzen kann oder auslösen kann. Das führt eben dazu, dass die Bank of Japan von ihrer negativen Geldpolitik oder negativen Zinspolitik abgesehen hat und den Leitzins also leicht in positives Terrain erhöht hat. Und genau da liegt genau die große Entwicklung für die nächsten Jahre. Denn die Japaner waren in der Vergangenheit die großen Käufer der amerikanischen Staatsanleihen aus dem simplen Grund, weil man in Japan eben nichts bekommen hat an Zins. Also haben die Japaner ihr Geld in den USA angelegt, haben nebenbei auch noch zusehen können, wie die eigene Währung immer schwächer wurde. Das heißt, wie die in Dollar angelegten Devisen beziehungsweise auch Devisen in Schuldpapieren wertvoller wurden. Das heißt, die haben von zweierlei Seiten hier profitiert. Wenn jetzt die Bank of Japan allerdings hergeht, die Geldpolitik nachhaltig ändert und in Japan es wieder ein vernünftiges Zinsniveau gibt, vor allem, weil man die Zinskurvenkontrolle auch am langen Ende aufgegeben hat, dann wird dieses Geld, was in den USA ist, repatriiert. Das heißt, in Japan investiert, weil es höhere Zinsen gibt. Gleichzeitig sorgt dieser Kapitalfluss auch dazu, dass der Yen aufwertet, was wir aktuell noch nicht sehen, aber was ein Trend in den nächsten Monaten und Jahren werden dürfte. Und dann können die Japaner auch wieder von zweierlei Seiten Geld verdienen. Einerseits durch höhere Zinsen in Japan, andererseits durch eine Aufwertung der heimischen Währung. Und genau da liegt das Problem. Die Staatsverschuldung der USA steigt immer weiter. China und Hongkong halten sich deutlich zurück aus geopolitischen Gründen. Die Japaner könnten sich in den nächsten Monaten und Jahren deutlich zurückhalten, weil sie eben eigene Zinsen im eigenen Land bekommen und eben nicht mehr mit einem Währungsrisiko in die USA gehen müssen. Und zusätzlich gibt es noch einen Trend, und da kommt die letzte Einblendung, dass generell ausländische Käufe sich beim Kauf von amerikanischen Staatspapieren zurückhalten. Ihr seht hier, seit 2014, 2015 zeigt sich, dass mal um die 34 Prozent der Käufe von langlaufenden Staatsanleihen in den USA aus dem Ausland kamen. Mittlerweile sind wir bei einem Niveau von 22 Prozent angekommen. Das heißt also nicht nur China und Hongkong und perspektivisch auch Japan, sondern auch andere Länder haben davon abgesehen, in den USA zu investieren und diese Schuldenspirale zu unterstützen. Und jetzt stellt sich natürlich abschließend die Frage, wie geht das weiter? Also die Amerikaner bzw. die Regierung hat verschiedene Möglichkeiten. Sie könnten auf Sparprogramme und Ausgabenkürzungen setzen. Ist die Frage, ob das nicht dann zu viele soziale Unruhen gibt und ob das die Wirtschaft dann nicht deutlich beeinträchtigt. Sie könnten die Steuern erhöhen. Ist ja aktuell so das Biden-Mantra, dass er in den Swing States versucht, durch Tax the Rich eine Steuer einzuführen für Leute mit mehr als 400.000 Dollar Einkommen oder eine höhere Steuer, muss ich korrekterweise sagen, einzuführen für Leute mit 400.000 Dollar. Ist aber auch die Frage, ob dann Leute wieder abwandern, ob das auch wieder das Wirtschaftswachstum bremst. Oder beispielsweise, ob man durch Regulierung Leute verpflichtet, beispielsweise Pensionsfonds oder andere Fonds, noch mehr Staatsanleihen aufzukaufen. Oder ob man vielleicht sogar eine Steueranreiz schafft für Amerikaner, dass sie, wenn sie in amerikanische Staatspapiere investieren, entsprechend keine Steuern auf die Gewinne bezahlen müssen. Aber hier wird sich irgendwas tun müssen. Und wie gesagt, ich will hier jetzt nicht den Untergang der USA irgendwann erstmal kurzfristig profitieren. Aber ich muss euch sagen, dass ich mich mit einem breit aufgestellten Sachwertportfolio wohler denn je fühle und dass mein Goldanteil von 20 Prozent vom investierten Kapital ein Stabilitätsanker ist. Und auch einer der Gründe aktuell, warum Gold steigt, ist, dass die USA einfach in einer Schuldenspirale sind, von der aktuell keiner weiß, wie die ausgeht, wann die aufhört und wie vor allem gegengesteuert wird. Weil ich höre, egal ob Republikaner oder Demokraten in den USA, es wird immer nur mehr ausgegeben. Es gibt nicht die Tendenz, da mal irgendwie diesen Schuldenberg zurückzufahren. Also man müsste dann, wenn man es irgendwie sozialverträglich löst, versuchen, dass das amerikanische Wirtschaftswachstum mit drei, vier Prozent pro Jahr dauerhaft weiterläuft. Dann kann man vielleicht den Schuldenberg irgendwo bei 100, 120 Prozent der Wirtschaftsleistung stabilisieren. Aber das ist ja auch ein immenser Berg. Also ihr seht, hier sind viele Fragezeichen, viele Dinge, die in den nächsten Jahren geklärt werden müssen. Ich werde natürlich darüber im Kanal berichten, deswegen gerne ein Abo da lassen. Aber Sachwertportfolios mit einem ordentlichen Goldanteil, muss ich sagen, halte ich aktuell für sinnvoller denn je. Und ja, gerne auch natürlich einen Krypto-Anteil. Muss ich ja für die Krypto-Fans auch, oder sage ich für die Krypto-Fans natürlich gerne dazu. Aber ihr seht schon, die Lage spitzt sich zu. Und dadurch, dass Japan als eifriger Käufer jetzt auch noch wegfallen könnte und tendenziell immer weniger ausländische Käufer die amerikanischen Staatspapiere kaufen, spitzt sich die Lage auf jeden Fall zu. Ich werde darüber berichten. Dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dann.